Der Europa-Park ist der größte Freizeitpark in Deutschland und einer der erfolgreichsten in Europa mit über 100 Attraktionen. Bei der neuen Attraktion Wohle Da Vinci haben wir zum ersten Mal die neue Wireless-Technik von Siemens eingesetzt. Die Anlage läuft seit einem Jahr störungsfrei. Safety über Wireless, das war für uns neu, gerade im Bereich der Personenbeförderung. Ich war anfangs etwas skeptisch darüber, weil normalerweise sicherheitsrelevante Optionen hardwaremäßig ausgelegt sein müssen im Steuerungsbereich. Aber das neue System von Siemens hat mich überzeugt. Die Anforderungen an das Netzwerk und die Automatisierungstechnik für Wohle Da Vinci waren Zuverlässigkeit, was wir realisieren durch eine sehr zuverlässige Wireless LAN-Lösung mit Rapid Roaming, welche auch im Outdoor-Bereich im Einsatz kommen kann, weil die Komponente geeignet sind für Temperaturbereiche von minus 20 bis plus 60 Grad. Das Besondere an dieser Wireless-Lösung ist, dass wir durch die Verwendung von einer spezialen Antenneleitung, Aircoax und Rapid Roaming für Echtzeitübertragungen, ProfiNet und ProfiSafe ermöglichen. Die Siemens-Lösung bringt uns Kostenvorteile in der Instandhaltung und in der Wartung. Die Lösung über ProfiNet und Safety über E-WLAN entspricht komplett unseren Anforderungen. Wir werden auch in Zukunft Wireless einsetzen. Für unsere neue Attraktion 2014 arbeiten wir schon wieder eng mit Siemens zusammen und wir sind richtig zufrieden mit dem Partner Siemens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017